Hey Freunde, heute ist die Explode Porch dran, oder Purge. Ist eine wunderschöne kleine Batterie von Explode. Sie ist eigentlich sehr unscheinbar, aber hat einen schönen Effekt. Sie hat 16 Schuss, 30 Meter Effekthöhe, Brenndauer von 16 Sekunden und eine Explosivmasse von 190 Gramm und Kaliber 20 Millimeter. Wie gesagt, ist eine schöne kleine, verkannte Batterie. Bezahlt habe ich 7,77 Euro und da würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. So, jetzt sind das die Porch von Export. So, jetzt sind das die Zündung. Also 7 Euro, absolute Kaufempfehlung, Leute. Shut up, Abwehr! Shut up, Abwehr! Shut up, Abwehr! Untertitelung des ZDF für funk, 2017